Hat sich unser Universum aus einem schwarzen Loch entwickelt? Oder tut es das immer noch? Genau davon jedenfalls gehen einige Forschende aus. Möglicherweise ist unser Universum dann aber auch nur eines von vielen. Und das menschliche Leben alles andere als einzigartig. Clixoom Science in the Future gibt's dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Clixoom gibt's übrigens auch auf die Ohren. Der Link ist hier, unterm i und in der Videobeschreibung. Geht man von der klassischen Urknalltheorie Big Bang aus, begann unser Universum vor etwa 13,82 Milliarden Jahren mit dem Urknall. Und damit entstanden gleichzeitig dann Raum und Zeit. Dieser Vorstellung zur Folge hat sich die Frage, was eigentlich vor dem Urknall war, erledigt. Geht man allerdings von der Quantentheorie aus, sollte es doch ein Davor gegeben haben. Doch wie genau sah dieses Davor aus? Und woraus genau ist unser Universum eigentlich entstanden? Aus dem Nichts oder gar aus einem schwarzen Loch, wie manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mittlerweile annehmen? Diese Hypothese vertritt unter anderem auch der polnische theoretische Physiker Nikodem Poplawski. Er hält es für möglich, dass unser Universum vereinfacht gesagt mitten in einem schwarzen Loch entstanden ist. War also in dem Augenblick, in dem die gesamte Masse und Energie des entstehenden Universums als eine Art Samen an einem endlichen und unvorstellbar dichten Fleck vereint? Dieser Samen müsste dieser Vorstellung zufolge sehr winzig gewesen sein, Milliardenmal kleiner als jeder Partikel, den wir Menschen überhaupt sehen können. Und doch hätte er es dieser These nach geschafft, nicht nur alle Galaxien, sondern auch Planeten und Lebewesen hervorzubringen. Solch einen Samen eines Universums könnte man sich so ähnlich vorstellen wie den Samen einer Pflanze. Enthalten wären viele essentielle Substanzen und zwar stark komprimiert und umgeben von einer schützenden Hülle. Und bei dieser Hülle könnte es sich um ein schwarzes Loch handeln. Heißt also im Klartext, dass dieser Samen im Inneren eines schwarzen Lochs entstanden ist. Klar ist, in einem schwarzen Loch ist die Materie unendlich dicht komprimiert und die Raumzeit deformiert. Heißt also, demnach könnte hier sogar die Zeit stillstehen. Dazu sagt der kanadische Physiker Lee Smolin, in dem Moment, in dem der einsteinische Physik nach die Zeit stoppt, greift die Quantenmechanik und ihre Unschärfe. Der Punkt, an dem die Zeit in einem schwarzen Loch endet, verbindet sich mit dem Punkt, an dem die Zeit im Urknall eines neuen Universums beginnt. Der Wissenschaftler hält es also für möglich, dass im Inneren des schwarzen Lochs eine kleine Region entstand, die sich inflationär aufblähte. So entstand also der Keim eines neuen Universums. Doch nicht nur unser eigenes Universum könnte so entstanden sein. Solch ein Babyuniversum könnte sich nach seiner Entstehung nach außen hin abteilen. Heißt dann aber auch im Klartext für unser Universum, auch dieses könnte einmal in einem schwarzen Loch eines anderen Universums entstanden sein. Der kanadische Physiker Smolin geht deswegen davon aus, dass es zahlreiche parallele Universen gibt, aus denen sich wiederum Babyuniversen abschnüren. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Aber demnach könnte es durchaus sein, dass einige von uns ganz unbemerkt zu einer Keimzelle eines neuen Universums werden. Der Theorie von Smolin zufolge vererbt das Elternuniversum, sein Babyuniversum, auch den Großteil der physikalischen Gesetze und Parameter. Doch auch hier könnten Mutationen auftreten. Was Smolin zufolge bedeutet, dass das Babyuniversum durchaus über eine geringere Gravitation verfügen kann oder aber ein bestimmtes Elementarteilchen leichter sein kann als die seines Vorgängeruniversums. Und damit kommen wir zur sogenannten Multiversum-Theorie. Denn tatsächlich, Astronomie-Teams weltweit diskutieren schon seit einigen Jahrzehnten darüber, dass nicht nur unsere Erde, sondern auch unser gesamtes Universum unbedeutend sein könnte. Zumindest im kosmischen Maßstab. Demnach könnten nämlich neben unserem eigenen bekannten expandierenden Universum noch andere unzählige weitere existieren. Alle jeweils mit ihren eigenen Naturgesetzen. Und Achtung, vielleicht sogar mit unseren galaktischen Doppelgängern. Statt einem Kosmos existiert dieser Theorie zufolge also ein sogenanntes Multiversum. Der russische Physiker Alexander Vilenkin beispielsweise glaubt an ein sogenanntes Ebene-2-Multiversum, in dem unzählige Organismen leben. Diese könnten möglicherweise dieselben Namen tragen wie Personen auf unserer Erde. Und nicht nur das, diese Doppelgänger könnten möglicherweise auch genau in diesem Moment auch genau dieses Video gucken. Demnach ist das menschliche Leben also alles andere als einzigartig. Alexander Vilenkin stützt sich bei diesem Denken auf folgende Annahme. Demnach kann es zwar unendlich viele Universen geben, doch ist die Anzahl der möglichen Zustände der Atome und Elementarteilchen begrenzt und somit auch ihre Variationen. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit also, in einem Paralleluniversum, das Millionen Lichtjahre entfernt ist, seinen Doppelgänger anzutreffen ziemlich groß. Wobei Millionen Lichtjahre, klingt ein bisschen untertrieben, es müssten schon 8 Billionen und Aberbillionen sein. Eigentlich definieren Astronomie-Teams unseren kosmischen Horizont bei der optischen Grenze von 42 Milliarden Lichtjahren. Doch es scheint keinen Grund zu geben, warum das All genau dort aufhören sollte. Stattdessen sind sich Fachleute weitestgehend einig, dass jenseits des Horizontes viele, vielleicht unendlich viele Bereiche liegen, die dem uns sichtbaren Kosmos ähnlich sind. Manche Fachleute gehen also zusammengefasst davon aus, dass es völlig unterschiedliche Universen gibt. Das Ganze kann man auf das Standardmodell der Kosmologie zurückführen, nach der sich das All unmittelbar nach seiner Entstehung ausgedehnt hat und dies auch immer noch tut. Manche Regionen sind demnach früher zum Stillstand gekommen als andere. Sie haben sich quasi wie Blasen in kochendem Wasser abgesondert, bildlich gesprochen natürlich. Und so wäre auch unser Universum nur eine Blase neben vielen weiteren. Dazu der Wissenschaftler Alan In einem Universum, das sich grenzenlos inflationär ausdehnt, passiert alles, was überhaupt passieren kann und zwar unendlich oft. Jedenfalls würden sich verschiedene Universen gegenseitig beeinflussen. Anfang 2018 hatte ein Forschungsteam aus Großbritannien mit einem Supercomputer die Expansion unseres Universums simuliert. Als das Modell dann der Realität entsprach, veränderten die Fachleute eine Variante und zwar die Menge der dunklen Energie. Diese ließen sie gegen Null sinken und auf die einhundertfachen Werte unseres Universums ansteigen. Beide Veränderungen aber beeinflussten die Häufigkeit sowie die Art und Weise, wie sich Sterne und Galaxien bilden, nur unwesentlich. Mit diesem Ergebnis hatte niemand gerechnet. Doch es macht die Multiversum-Theorie tatsächlich ein bisschen wahrscheinlicher. Und zwar nicht nur, dass Planeten und Galaxien in anderen Universen existieren, sondern auch, dass sich dort Leben gebildet hat. Um also konkret auf die Frage zu antworten, was genau vor dem Urknall wäre, wäre die Antwort dann ein Multiversum, in dem Prozesse zum Urknall geführt haben. Doch letztendlich ist die Frage damit auch nicht final geklärt, denn mit dieser Theorie schlägt sich eine weitere Frage. Wie ist dann dieses Multiversum entstanden? Gab es einen Multiknall? Und falls ja, was war dann davor? Die Idee des Multiversums scheint wirklich nicht überprüfbar zu sein und deswegen gibt es so großen Widerstand gegen die Theorie der Stringphysiker Brian Green. Aber hält es keineswegs für ausgeschlossen, dass wir eines Tages Belege für Paralleluniversen finden. Ob es Jahre, Jahrzehnte oder noch länger dauern wird, bis neue Beobachtungen und theoretische Fortschritte zu detaillierten Vorhersagen über ein bestimmtes Multiversum führen, weiß niemand. Kommen wir zurück zu der Idee, dass Universen in schwarzen Löchern entstehen könnten. Wie genau könnte dieser Samen, also der Anfang eines Universums, zustande kommen? Fachleute, die hinter dieser Hypothese stehen, stellen sich das folgendermaßen vor. Bei schwarzen Löchern handelt es sich ja um die Überreste massereicher Sterne. Diesen geht irgendwann der Brennstoff aus und ihr Kern fällt zusammen. Die Gravitationskraft ist enorm und das gesamte Gebilde wird immer fester zusammengequetscht. Atome und Elektronen werden zerfetzt und fester zusammengequetscht. Ihre Überreste werden immer weiter komprimiert. Somit wird aus dem ehemaligen Stern ein schwarzes Loch mit einem Ereignishorizont. Vereinfacht gesagt, meinen die Fachleute damit die Grenze zwischen der Außenwelt und dem Inneren des schwarzen Lochs. Ein weiterer Fachbegriff ist die sogenannte Singularität. Damit kann man ganz vereinfacht den Boden des schwarzen Lochs bezeichnen, also einen Punkt, der unendlich klein und dicht ist. Manche Fachleute, wie beispielsweise der polnische Physiker Nikodem Poplawski, halten es für möglich, dass die Materie innerhalb eines schwarzen Lochs irgendwann einen Punkt erreicht, an dem sie nicht weiter komprimiert werden kann. Genau hier kommt dann der Samen ins Spiel. Im Gegensatz zur Singularität ist dieser demnach aber real. Vorstellen könnte man sich ihn zwar unvorstellbar klein, aber dafür mehrere Milliarden Sonnenmassen schwer. Außerdem ist er auch enorm komprimiert und verdrillt. Zustande kommt das durch unter anderem die schnelle Rotation der schwarzen Löcher. Das führt dann auch dazu, dass der Verdichtungsprozess zum Stillstand kommt. Die Eigenschaften des Samens führen dazu, dass es plötzlich dazu kommen kann, dass er aufspringt und zwar mit einem Knall. Poplawski zufolge mit einem Big Bounce. Der Wissenschaftler hält es also für möglich, dass ein schwarzes Loch eine Art Übergangszustand zwischen zwei Universen sein könnte. Eine Art Verbindung, so etwas wie eine gemeinsame Wurzel also. Im Klartext heißt das also bildlich gesprochen, wenn ich in das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße gelangen würde, also wenn ich reinfallen würde, könnte das sein, dass ich in einem anderen Universum wieder herauskomme, mal ganz abgesehen davon, dass ich dann natürlich ziemlich zerfetzt wäre und von dem Ganzen nichts mitbekommen würde. Das Ganze führt uns zurück auf die Anfangsfragen in diesem Video. Wie und woraus ist unser Universum entstanden? Demnach könnte es also das Produkt eines anderen Universums sein, das noch viel älter ist als unseres. Eine Art Mutteruniversum, also im Inneren eines schwarzen Loches würde dieser Hypothese zufolge ja eine Art Samen geschmiedet. Vor 13,8 Milliarden Jahren kam es dann zu einem Big Bounce, also einem großen Rückprall. Möglicherweise befinden wir uns demnach sogar noch immer hinter dem Ereignishorizont des schwarzen Loches, also im Laufe dieser Explosion. Wir sind immer noch nicht hinaus und das, obwohl sich unser Universum rasant ausdehnt. Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass dieser Vorstellung zur Folge vor unserem Universum ein anderes Universum existiert hatte. Diese Theorie des zyklischen Universums wird auch Big Bounce genannt und das heißt so viel wie großer Rückprall. Demnach hat auch eine Kollision ein Vorher und Nachher. Heißt aber auch, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden können, dass der Urknall der Anfang von allem sein muss. Doch um das alles zu belegen, müsste die String-Theorie weiter ausgeklügelt werden. Zudem bräuchte es Belege. Der Plan dazu, Satellitenteleskope könnten demnächst eventuell nachweisen, dass die schwache Mikrowellenstrahlung, also das Echo des Urknalls, in einem solchen zyklischen Universum andere Eigenschaften hat als in einem herkömmlichen Big-Bang-Universum Urknall-Relikt entdeckt. Sehr spannendes Video natürlich, denn es ist von Clixoom Science & Future. Also anklicken, anschauen und abonnieren diesen Kanal hier, Clixoom Science & Future. Es gibt keinen Kanal mit so vielen Wissenschaftsvideos. Also bis dann, bleibt dran.